Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier auf der nordfriesischen Marsch in der Version 1.6. Ich bin dabei, hier bei den Kühen einzustreuen. Ich habe mir hier so ein Einstreuteil gekauft. Oh. Soll man vielleicht ein bisschen... Und er streut ein. Und wie sieht es aus bei den Kühen? Was macht das? Kannst du dann hier langsam nach oben laufen? Das tut es auch. Das ist doch sehr schön. Da kann man doch mit leben. Ja, das war es. Das ist voll. Mehr Stroh passt da jetzt nicht. Das ist aber jetzt nicht weiter so schlimm. Stellen den hier ab. Auch mit dem mit ab. Machen wir die Ballengabel wieder drauf, damit wir dann wieder Mischfutter herstellen können. Weil das müssen wir nämlich als nächstes auch. Ich habe ja viel gelernt. Beispiel auch. Gelernt. Das habe ich nicht gelernt. So. So. Oh. 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 schön aufgerutscht kommt man schön im schatten sehen wunderbar wir bleiben aber erstmal hier stehen gucken was er hier macht wieso steht er denn hier drüben oh man was soll das bist du fertig mit düngen ja ja Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Unglaubliche Szenen spielen sie hier ab. So, Feld ist gedüngt, Pflanz und Axtum steht auf schnell. Das ist sehr sehr gut. So, erstmal wieder hier instand setzen alles, so wie wir es kennen. So Jungs, guck mal eben schnell da, was damit ist. Super, jetzt eben sauber machen. Die haben die auch gleich hier platzieren sollen, ne, den Kärcher. So. 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 Auch das ist fertig. Wunderbar. So. 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 Perfekt. Schön abgestellt. Dann kann ich mich jetzt eigentlich um die Herstellung vom Mischfutter weiter kümmern. Sollte ja jetzt ein bisschen schneller gehen, jetzt wo ich mich mit der Ballengabel auskennen und mit dem Tele-Lader, sollte das ja laufen, denke ich. Auch vor allem brauche ich dann gleich Silage rein. Sollte ja jetzt. Sollte ja jetzt. Sollte ja jetzt. von der seite auf aber das müsste jetzt eigentlich rasend schnell gehen was ist denn mit meinem außenspiegel los doch war richtig der zeugte mir nur ja zeugte mir die was auch immer an so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn wir auf der Holzer-Map unterwegs sind und ansonsten um 10 Uhr auf der nordfriesischen Marsch auch wieder. Ich bedanke mich bei euch, sage Tschüss, Ciao, Ciao und haltet die Ohren steif, wir sehen uns.